Hier bist du jetzt auf der Seite des Copy Trading. Das bedeutet, du kannst hier die Trading Strategie 1 zu 1 auf dein Konto, auf dein Handelskonto kopieren. Du brauchst keinerlei Trading Vorkenntnisse, wenn du welche hast, umso besser, aber es ist nicht notwendig, dass du irgendetwas weißt. Du bekommst im Endeffekt alles vom Broker zur Verfügung gestellt, das heißt Software, Kopiersoftware, das läuft alles auf der Systemumgebung des Brokers, da brauchst du dich um gar nichts kümmern. Wir kümmern uns um die Strategie, die Strategie wird dort überwacht, gehandelt, das heißt einfach die Trades, die dort abgesetzt werden, werden 1 zu 1 auf dein Konto kopiert und das war's. Keine Abogebühren, lediglich, wenn wir Profite erwirtschaften, wird eine Provision fällig und das war's dann auch schon. Ja, das bedeutet im Endeffekt nur ganz wenige Schritte, du brauchst einfach nur ein Trading Konto bei einem der Broker, wo wir die Strategien laufen lassen, meldest dich dort dann bei dem Copy Trading Konto an, drückst auf Kopieren, machst die Risikoeinstellungen, die du gerne fahren möchtest und das war's und das Rest. Der Rest läuft von ganz alleine. Weitere Informationen sind jetzt hier auf der Seite oder schreibst mir einfach eine Nachricht. Wir hören und sehen uns.